So, da einige hier geschrieben haben, dass einige PS4 Pros im Kartenmenü von Horizon laut aufdrehen sollen, habe ich das bei mir auch mal ausprobiert und bei mir ist es Gott sei Dank nicht der Fall. Ich mache mal den Ton leise. So ist das im normalen Spielbetrieb. Jetzt öffnen wir mal die Karte. Spielen tue ich jetzt knapp schon 40 Minuten. Ich lasse die Karte jetzt mal eine halbe Minute offen. Ich lasse die Karte. Dann dreht sie nur ganz normal hoch, aber nicht unnatürlich laut, sobald ein bisschen mehr auf dem Bildschirm los ist. So, und sobald ich die Karte öffne, dreht sie nämlich wieder komplett runter. So, ich hoffe das Video hat gezeigt, dass nicht alle Geräte davon betroffen sind und sollte eure PS4 Pro in diesen Schritten ziemlich laut aufdrehen, würde ich sie umtauschen.